Hello hello, Kino speak, die deutsche Sprache. Hello. Ich glaube, wir können hier nicht Deutsch sprechen. So, Lolo, willkommen zu deiner Folge Fortnite. Und was bei Ludwig passiert, sehe ich gerade. Ich glaube, hier ist es irgendwie meteoriert eingestanden. Aber ich gehe mal zu Retail. Zu Retailer-Dino. Das heißt, glaube ich, ist nämlich Ostenbergenkopf wieder zurück. Und es gibt jetzt solche OSA-Skins, da hatte ich einen Minuten kurz. Und es gibt solche OSA-Skins, das ist richtig cool. So, ich gehe hier kurz zu Retail. Ich habe meinen Teammates, keine Ahnung, wo die hingehen. Ich glaube, die gehen zu Ludwig. Deswegen haben wir ein Tor oder ein richtig großer Save. Ich finde es richtig geil. So. Ich glaube, dass hier keiner ist, oder? Ist hier keiner? Hier ist gar keiner, okay. Das ist cool. So. Ich gehe direkt in der Pumperi-Dino. So. Dann mache ich so. Bam, bam. So. So. So, ich hoffe, ich finde hier gleich eine AR oder eine Gschade-Pum. So, ich finde es geht richtig cool. Schaust, wir sind Räuber. Mit der Maske her. So. Ich höre es eigentlich nicht so. Ich hoffe, es sind nicht Leute irgendwo. Okay. Ich habe jetzt keiner, aber hier ist ein wiederbelebt-Bus. Das weiß ich auf jeden Fall. Okay, der Demi, das könnte ich vielleicht brauchen. Bam, bam. Und bam. Ja gut, ich habe ein Schampett, immerhin etwas. Okay, mein Team jetzt, ich kann nicht zu meinem Team jetzt gehen, weil ich ziehe nämlich auch in der Zone. Ich mache noch eine Gschade-Pump hier. Hey, ich sehe Chester. Okay, das ist gut. Chester-Dino. So. Hier ist ein Gschade. Okay, das ist cool. So, bam. Bam. Und ich glaube, wir sind schon Gegner. Okay, ich nehme jetzt die Mino-Rodinos. Okay, ich glaube, ich gehe noch gleich zu denen hin. Ich hoffe, dass nicht gleich sterben. Aber solche Loot nicht. Ich weiß nicht, ich loote auf jeden Fall hier jetzt die Häuser. Dann dringend ist der Pum. Ich bin hier rein. Hier kann ich nicht dran. So, wollte ich das hier auch. So, bam, bam. Und hier runter. Ich würde Dynamit, Dynamit ist nicht gar nicht so schlecht. Dynamit, Dynamit. So, bam, bam, bam. So, ich glaube, siehst du schon Toten, die sind auch nicht tot. Ich glaube, wir machen gerade richtig viel Kies, oder? Okay, das sieht man gerade nicht. So. Hopp. Ich hoffe, dass hier irgendwo ein Chester ist. Und hier ist es gerade ein Chester, okay? Und wo ist die Chester? Hier ist die Chester. Bam, bam, bam. So, und hier ist der Bloi-Pump. Okay, nicht die Bloi-Pump. Kommt mit unten 50er dran. Okay, nice Redino. Soll ich hoffen, dass wir, äh, gleich zu den Leuten hier drüber gehen? Oder dass keine Gegner irgendwie auf dem Weg ist? Also, sehr blöd. So, bam, bam, bam. So, und hier ist der Bloi-Taktische-Pump. Ich glaube, ich brauche auch keine taktische-Pump hier. So. Es gibt doch einen Flugzeug-Modus. Und die Flugzeuge, genau, die Flugzeuge sind anscheinend in Fortnite drinnen. Ich glaube, auch nachher nichts zu unterspielen, wenn wir, wenn wir nicht den epischen Sieg schaffen. Aber vielleicht schaffen wir sogar die Runde, äh, den epischen Sieg. Was ich glaube, aber egal. Geh mal so meine Team jetzt hin. Geh über, denn die Leben noch. Aber was ist das für ein Tor? Das ist richtig heftig, sieht das aus, ja. So, ich glaube, das öffnet sich nachher auch irgendwann. Nachher ist dann ein Live-Event, 100% eigentlich. Okay. So. So, ich hoffe, dass ich hier kein Gegner bei Dustary Dino ist. Ich könnte nicht nach vorne den Worts nehmen, aber, ja doch, ich nehme mir auch die Worts hier nach vorne. Sie wird schneller. Gäste. Okay. Ne, ist nur mit Pistel. Ich dachte, es wäre so eine, äh, was heißt, so ein Ding. Ich kenne, war ich hier schnell rüber. Eigentlich sind die, ähm, die wieder über die Buste gar nicht so schlecht und ich war angeschlossen von hinten. Oh, oh, oh. Da ist auch einer. Oh, oh. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. ich war einfach in das ding hoch dass sie hier so war man beim wo ich war angeschlossen auch gleich gut ich habe zu den team jetzt hier hin ich hoffe die haben irgendwie war vor irgendwas relativ schlechte waffen egal ich habe ich glaube die leute in der team eigentlich ein paar leute krieg glaube ich hoffe ich eigentlich sollte hielt sich gerade mit dem wasser hier ich habe aber ich könnte eigentlich zur lese lagunen glaube ich nur da in der mittel sondern den flechten lagunen ich finde es richtig geil weil wir den tanz gemacht und den oder dass sie waren halt welche deswegen müssen wir irgendwie wenn man legte lagunen geht hier aus rumgehen so dann war ich mal gerade ich die gene eigentlich schon weiter ums kriegte ich glaube der schlauern gehen eigentlich schon weiter das heißt ich gebe dir dann auch mit okay der willkönig im baum abbauen hier die will nicht okay der meint das macht der was hat der für ein skin lol also ich dachte ich habe jetzt ein richtig heftiges genau da habe ich ihn nur durch die wand gesehen okay okay nimmt sich selber so ein quarter kinder moment ich hoffe ich dich in lese lagun der muss gehen mit den ausgehen dinge das hat er gemacht okay denn hier soll eigentlich im augen gesteer sein ich bin auch fast ein baum loll was machen die leute hier was machen die sind gegner dort nie oder oder was machen die und ich bin ja ich war einfach im wasser und ich habe gesnipet und wo sind die gegner hier ist ich habe ihn war mir ist tot ok vor allem sind noch welche nein 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 oh oh nein muss ich meine teammates ich bin jetzt in den dings in den flieg links ihr fliege match oder flieg modus hier und ok was mache ich hier fahr ich hier drunter ok das ist jetzt mal spawnen gar nicht ein bus ok dann habe ich hier einen start eigentlich ganz wo fahren wir hin wo fahren wir denn hin ich würde in zone fahren irgendwo ich würde das leser grund fahren aber ich glaube was sind das für orte hier grüne punkte gelbe punkt ich weiß gar nicht was es ist oder das ist das ist ein gravität fällt ich weiß es nicht also man hat schon waffen okay das kann man lieber doch man kann doch ausspringen ich glaube man nimmt der mit so dreimal eigene doppeldecker auf jemand wenn man stirbt haben neue doppeldecker die 30 leben noch das ist ein längst der trug kommt klar das ist die grüten items durch ok das ist richtig cool ich bin ich da vorne weil ich glaube ich habe ich noch nicht gegen der truhe soll davon ist oder ist eine kupfer drohe und liegen da ich glaube die kupfer oder kupfer ja das ist ein medkit und reparatur kit gefunden ok das ist cool ich bin schon schein aus dem leben lol ok die zone kommt jetzt gehe mal hoch dort vorne ist auch irgend so ein ding es ist gedroppt ok lol cool ist denn das muss einfach fliegen und abballern die anderen gegner das ist mir selten nicht ruhig gefunden ok was habe ich hier bekommen moment ja ist hier immer da wird hier hier die leute ich habe die grad okay ich war auch hier weiter okay ist hier irgendwas ist noch ein chest okay okay jetzt habe ich alles upgrade um den ganzen waffen aber wir haben keinen shield mehr das ist das ding okay hier ist eine seltene ruhe okay die fliegt ja und sehe danach muss ich da ein bisschen konzentrieren beim fliegen mal so ein dings bekommen wir sind ein paar leute ich fliege weiter in der hoffnung dass mich keiner abschießt hier flüge weiter schnell ich habe auch im mädchen ich glaube ich weiß nicht wie man es einsetzen kann oder auch komische dings her ich jetzt so lebens hast du müssen aufpassen ich hoffe das geht sich auch sehr und davon ist auch mit einer der typ ist auch dauerkratz vor dem dings aber das muss ich unbedingt okay das war es aber ich glaube ich habe die truhe vorne und schließen kann paar flugzeuge glaube ich gerade die die truhe traue ich hier fliege mal ganz tief so das lernt mir nicht nachkommen aber ich bin in der zone immer etwas hier ganz klar okay der wakt in die gras in der luft aber egal okay dann ist hier wieder so eine grünen und ich glaube dass ich im boden verpackt oder so an ich hier ist sie genaß relativ viel leben weder ok der meint ich habe doch so wenig leben das gold ist sie brauchen wir ok 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 was haben wir bekommen unsere dinge ist gleich kaputt unsere flugzeug aber wir haben noch drei doppeldecker also immerhin aber wir haben noch zwei doppeldecker jetzt immerhin zu responden wirklich ein paar sekunden oder sprichst du mir okay jetzt fliegt er nämlich und ich muss die anderen abschießen bockt ich hoffe er bringt uns nicht den tod ich hoffe nicht dass wir sterben nein also wirklich treffe gar nicht eigentlich die verfolgen die anderen dass sie könnten hier die ganzen chest snacken was ja hier glaube ich auch immer wir haben wieder repertoire gibt es ist nicht so schlimm um richtig viel munition bei mir darauf geht davon ist eine epische drohe glaube ich vorne ist auch ein flugzeug okay okay bamm 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 okay was war das gerade so wie denn so fliegen am besten hier auch kennt der mensch okay in seinem flugzeug er braucht schon hier wo sind die sohn kommt schon sind ich glaube sind in der zone oder so egal oder nie die daumen okay ich glaube der flugzeug ist nicht fast kaputt ich habe ja gleich allen ok die direkte nutzen auch wenn er welche gewesen es sollte weiter fliegen ich habe relativ wenig leben unbedingt mit ok richtig viele munition das heißt wir könnten lang fliegen eigentlich und die davon haben auch schon richtig los links und leute für wir nicht fliegen das ist nicht gut dass du müssen ganz niedrig mit echt nicht schaden das ist ein epischer trug von okay und fünf doppeldecker noch von der gegner das heißt wieder vorlesen leider war 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 okay das sind auch weg geht als drei doppeldecker auch okay das ist das richtig gut wir haben auch noch zwei das ist richtig gut hat ich glaube jetzt kann eigentlich gar nicht zum munition ausgehen glaube ich oder das sind die anderen ich treffte in der einen die mir das schild weg es sollte weiter fliegen schnell okay das ist okay wir sind wir folgen okay wir haben wieder voll leben und da vorne ist das flugzeug geraucht auch schon das ist gut ich weiß nicht was passiert wenn man abschließt man stimmt auch instanz ja okay er hat die doch hat die goldene truhe sogar okay laura ist das für eine waffe kenne ich gar nicht ok die kenne ich gar nicht gab es eine richtig op waffe ich hoffe der am flugzeug explodiert gleich ich glaube das sind nur wir und die oder und der am flugzeug ist gleich geputzt auch okay wir sind tot aber der am flugzeug ist richtig lau aber richtig müssen die nummer schnell killen jetzt fliege ich glaube ich schon wieder wo sind die wo sind sie das sind sie wo sind sie dann und die schieben sind schon an hier auch und wie kann ich anschließen die sind gleich dauern nämlich wo seht ihr denn von vorne und sind zwei verschiedene doch sind zwei verschiedene glaube ich noch oder aber egal immerhin haben wir den modus ausprobieren sind fast erster worten immerhin das war es jetzt mit fordern lassen like ein abo da und create code jones 30 rechts oben im shop eintragen rechts oben im shop eintragen jones 30 nach alle 14 tage wird ein neuer eintragen weil es löscht sich alle 14 tage so ab und da ab und like da lassen und tschau das ist das das ist die